Hi zusammen! Heute zeige ich euch die absolut höllischsten Produkte, die ich habe. Höllisch in diversen Varianten. Und zwar, ja, das ist ein Produkt, das ich euch empfehlen kann, wenn ihr unglaublich viel Zeit habt. Also wenn ihr mal so denkt, boah, ich habe jetzt zwei Stunden überhaupt nichts zu tun, was könnte ich denn jetzt mal machen? Dann empfehle ich euch diesen wunderbaren Topcoat von Essence. Und zwar den Satin Matt Topcoat, der einen wunderschönen Effekt macht. Und zwar könnt ihr wirklich jeden beliebigen Nagellack nehmen und der wird dann eben matt. Der Effekt ist wunderbar. Der einzige Nachteil ist, solltet ihr vorher einen Nagellack aufgetragen haben, einen farbigen Lack eurer Wahl, kann das so ungefähr zwei Stunden dauern, bis das Ganze mal trocken ist. Habt ihr schon einen Nagellack drauf, der schon komplett durchgetrocknet ist, dann geht das schnell. Aber, wie gesagt, solltet ihr einen frisch aufgetragenen Farblack haben, der jetzt wirklich noch nicht so ganz durchgetrocknet ist, dann kann das Ganze dann auch mal bis zu zwei Stunden dauern, bis das wirklich komplett trocken ist. Man hat den Eindruck, es wäre trocken. Also wenn man so drauf toucht, fühlt sich das trocken an. Aber der Schein trügt, wenn man dann irgendwas anfasst, ganz egal was, die Haare geht, Hose zu, Knopf auf, was auch immer, dann verschiebt sich das hin und her. Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Art von trockensein. Also für die frische Maniküre ist das nix. Das nächste Produkt ist, oh, das ist so höllisch, das kann ich euch, ne, also, das war, geht es um dieses Duschgel. Es ist ein Original Sauce Mint and Tea Tree Shower Duschdorch, heißt, so, ne, heißt eben so. Da sind 7.927 Minzblätter drin. Es ist also ein Duschgel mit Minze und Teebaumöl. Voll gepackt mit 100% ätherischen Ölen. Es ist vegan, es ist ein natürlicher Duft. Es ist nicht an Tieren getestet. Es ist umweltfreundlich. Es ist also wirklich alles, alles toll. Selbst die, die Verpackung ist 100% recycelbar. Also es ist wirklich ein tolles Produkt, auch nicht wahnsinnig teuer. Und wenn man, und ich bin so ein Typ, wenn ich bei DM bin und ich traufe mir Duschgel, dann rieche ich da halt vorher dran, ne. Und das riecht hammer, megamäßig nach Minze. Also so richtig megaminz. Und so dezent Teebaumöl. Und ich dachte mir, ach, jetzt kommt, ne, Frühling, Sommer, Niestas und gerade so kleine Pickelchen und so. Teebaumöl ist ja super. Außerdem liebe ich Minze und morgens unter der Dusche, frische Kick, bla. Ja, so, ich stehe hier, ne, Tinti steht also unter der Dusche, ne, schäum, schäum, alles wunderbar. Hier steht jetzt hier auch drin, äh, kribbeln auf der Haut. Ich habe also jetzt gewartet, also man kennt das ja, ne, frische Minzöl gibt halt immer diesen cool-Effekt auf der Haut. Ich habe da jetzt, ähm, unter der Dusche gestanden und konnte diesen Effekt jetzt nicht wirklich spüren, bis ich in diverse Regionen gewaschen habe. Ihr versteht, was ich meine, ne, so untenrum. Also, ich hätte mir gewünscht, es wäre hier ein Hinweis drauf, ein Warnhinweis, nicht für die Untenrum-Region der Alten. Weil mein Gott, wir sind erwachsen, ne. Also, wir sind ja hier aber alles erwachsene Menschen. Zum größten Teil weiß ich, meine Abonnenten sind weit über 18. Und deswegen kann man halt so sagen, wie es ist. Ähm, die Intim-Region war erfrischt. Und, also, wenn du immer schon eine minzfrische Vagina haben wolltest, ist das dein Ding. Allerdings, wie gesagt, ich hätte, es ist gar nicht mal so schlimm. Also, es ist zwar jetzt nicht so, dass ich dachte so, oh mein Gott, das ist ja auch nicht schmerzhaft. Aber es ist halt, man rechnet nicht damit, ne, dass die Knüff da auf einmal so minzfrisch ist. Das ist einfach so. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich kurz aus der Fassung gebracht. Und vor allen Dingen war ich ein bisschen so, ich hatte auch Angst. Ich hatte wirklich Angst unter der Dusche. Ich bin kurz in Panik geraten, weil ich dachte so, oh mein Gott, das kann nicht gesund sein. Also, wie gesagt, es hat jetzt nicht gebrannt oder es hat mich weh. Und da gab auch danach keine Hautirritation oder dergleichen. Es ist einfach nur so wahnsinnig. Der wahnsinnige Cooling-Effekt in der Musch ist erstmal ein Schock. Also, höllisch. Das ist ein höllisches Produkt. Also, wer drauf steht, sollte das mal ausprobieren. Und, ja. Mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Ja, bleiben wir bei diesen Bio- und Veganen und so. Und zwar gibt es, das ist schon eine ganze Weile, und zwar Gene- und Land-Philosophie. Ratz-Fatz-Body-Lotion ohne Gedöns. Ich fand das halt sehr witzig, diese Formulierung ohne Gedöns. Parabene und Silikone vegan. Was deine Haut berührt, wird ein Teil von dir. Also, das Packaging und das Motto und die Inhaltsstoffe, die ja nun wirklich sehr überschaubar sind, finde ich toll. Also, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und gerade eben, weil es ist aus der Kinderabteilung. Also, falls ihr das suchen solltet, das findet ihr in der Kinderabteilung. Und das fand ich halt natürlich super. Und, ähm, hab dazu auch noch, glaube ich, die Dusche gekauft. Und, ähm, ja. Hab das auch direkt an meinen Kindern ausprobiert. Ähm, und ich creme, ich weiß nicht, ob ich meine Tochter oder meinen Sohn damit eingecremt hab, aber ich dachte so, boah, alter Lachs! Ich hab das sofort, ähm, das Kind wieder ab und an die Dusche gestellt. Und das soll ich seitdem auch nicht mehr benutzt. Es ist so ekelhaft. Es tut mir leid, ne. Auch, wenn da kein Gedöns drin ist, ne. Aber das muss nicht riechen wie nasser Hund. Tut mir leid. Also, was auch immer da drin ist, ne. Boah! Boah! Ich find, das riecht so abartig. Nach Muff. So, wie so ein abgelaufenes, ranzig. So ranzig riecht das. Ranzig, muffig. Ranzig, also extrem unangenehm. Hollywood. Das sind beides Duft-Deos. Das eine ist ein Deo und Bodyspray. Und das von 8x4 ist ein Duftschutz-Deodorant. Ja, so sehen sie aus. Falls die euch mal entgegenspringen. Duften super gut. Riechen echt so, so gut. Und wie ihr hört... Ah! Habt's gehört, oder? Die sind voll. Die sind noch wirklich voll. Aber ich kann die nicht benutzen. Erstens, wie gesagt, Bodyspray find ich erstmal eh blöd. Ich benutze die jetzt als Raumspray im Badezimmer. Weil die sind... Also, das ist ohne Aluminiumsalze. Und das hier ist auch ohne Aluminium. Die sind beide ohne Aluminiumsalze. Riechen wahnsinnig toll. Jetzt könnte man denken, juhu! Endlich! Aber leider nein. Also, die haben eine Schutzfunktion null. Die haben nicht nur 0% Aluminium. Die haben auch null Effekt gegen Schweiß. Und wenn man dann schwitzt, dann stinkt man trotzdem. Weil du bist so frisch geduscht, ne? Sprichst das so drauf, gehst so raus. Oder gehst zum Sport, stinkst wie ein Schwein danach. Das ist blöd. Ich halt blöd. Warte, da kommt gleich mal ein Kleiner rein. Mama! Benni! Du hier machst mir ein Video? Ja, die Mama macht hier ein Video. Und was machst du denn da? Ich setze mich hier hin und zeige den Menschen Sachen, die ich nicht mag. Tschüss, Benni! Tschüss, Mama! Hab dich lieb! Ja! Und wenn wir schon bei der Druckerie sind und bei Balea und Essens und so, bleiben wir doch gleich dabei. Und zwar habt ihr euch jetzt vielleicht gefragt, so, wow, die sieht aber heute gut geschminkt aus. Aber was ist mit ihren Haaren los? Konnte sie die nicht waschen? Meine Haare sehen aus und fühlen sich auch an, als hätte ich sie so circa zwei Monate nicht gewaschen. Und das liegt an diesem geilen Zeug. Also wenn ihr immer schon frisch gewaschenes, voluminöses, glänzendes Haar wollt, kann ich euch dieses Produkt ganz besonders ans Herz legen, weil es genau das Gegenteil davon macht. Es ist das Wunderbare Balea Trended Up Lovely Berries Volumen Puder. Ja, so sieht das gute Stück aus. Es riecht wie ein 10 Cent Erdbeer-Kaugummi, also diese billigen von der Bude. Da wird einem schon ein bisschen übel, also könnte auch ein bisschen, oder wie so eine Mischung, kennt ihr das, wenn ihr so Red Bull gesoffen habt, ne, und ihr müsst dann so aufstoßen. Wie so ein Erdbeer-Red Bull-Rülps, so in der Art, so riecht das. Also es ist nicht so appetitlich. Und das Schlimmste daran ist, das ist so ein ganz klebriges, schmieriges Zeug, also Puder, was sofort, sobald es deine Hände berührt, klebrig wird. Man macht so das hier so rein und sieht schon, na, hier ist so schön der Ansatz. Und das ist dann so ganz klebrig, ölig irgendwie und soll dann Volumen machen. Ich habe bis heute nochmal ausgerübelt, weil ich komme, ich dachte, komm, probier es nochmal aus. Du kannst, bevor du es schlecht machst hier und allen sagst, das ist totale Kacke, probier es nochmal aus. Vielleicht hast du ja irgendwas das letzte Mal falsch gemacht. Nein, ich schwöre euch, meine Haare waren da nah. Vorher waren die fluffig und geschmeidig und glänzend. Also das macht die Haare so, boah, richtig schön, nur mir streben, ich klebrig und ekelhaft. Und dafür, na, die riechen nach Red Bull Rülps und sind fettig und strähnig und matt. Grandioses Zeug, grandios. Und Volumen habe ich trotzdem keins, wenn es das wenigstens machen würde, weil es verklebt einfach nur die Haare. Buh, es ist so eklig. Ich muss mir gleich erstmal wieder die Haare waschen. Sehr schön. Vielen Dank, Balea, dafür. Aber bevor ich mir die Haare sowieso wasche, dank des Volumen-Puders, kann ich euch nochmal dieses grandiose Zeug hier von Essence demonstrieren. Die haben das immer mal wieder in diversen L.E.s. Dieses Haar-Dye-Powder, sogenannte Haarkräude. Ne, also die gab es mal bei der Workout-LE und ich fand die Farbe ja so geil. Ich liebe ja Lavendel-Hair und das ist, ich hoffe, man kann das in der Kamera erkennen, so einigermaßen. Das ist eine ganz schöne, pastellige Lavendel-Hair-Farbe, ne, Lavendelfarbe. Und ich dachte so, yay, das ist es jetzt, ne. Und ich will das eigentlich nicht demonstrieren. Aber leider ist es so, dass es, wenn man es aufträgt auf die Haare, dass es leider nicht aussieht wie Lavendel. Sondern es sieht aus wie grau, wie Schmutz. Als hätte man sich eine Staubmaus in die Haare gerieben. So sieht das aus. Also, klar, es ist Kreide und das macht natürlich die Haare sowieso matt. Aber dieses Lavendel, das verschwindet dann irgendwie leider und das sieht dann einfach nur aus wie Staub. Als hätte ich mir Dreck in die Haare geschmiert. Und das nächste höllische Produkt, was ich euch heute zeigen möchte, es ist ja hier alles sehr, sehr, sehr subjektiv. Es sind ja nur meine persönlichen Erfahrungen. Vielleicht sieht die Haarkräude auf wasserstoffblonden Haaren total geil aus oder auf schwarzen Haaren. Nur bei meiner Haarfarbe sieht das jetzt aus wie Dreck. Und bei der anderen Haarstruktur ist vielleicht das Balea Puder total geil. Und das Deo, wenn man kaum schwitzt, ist vielleicht auch super. Das ist jetzt alles meine persönliche Erfahrung. Also, das möchte ich mal dazu sagen. Das nächste höllische Produkt, ich muss das mal ein bisschen sauber machen, das ist mir schon ein bisschen eingestaubt, ist von Ola's Regenerist Lumious Skin Tone Perfecting Cream Moisturizer. So, so sieht das Tegel schon aus. Hier, ich habe es abgelesen, ich habe mir das nicht ausgedacht. Und das ist, wie gesagt, eine Creme und die soll die Haut ganz schön machen und bla. Die riecht auch total lecker, die riecht angenehm, die ist schön. Ob sie jetzt das macht, was da draufsteht, kann ich euch nicht sagen. Ich habe davon so dermaßen allergische Reaktionen gekriegt. Also, meine Haut war rot, hat gebrannt. Und nach, ich glaube, einer Woche hatte ich tatsächlich Eczeme im Gesicht. Zwei Stück da. Ich glaube, irgendwie auf der linken Seite hatte ich ein paar Eczeme. Und habe die Creme dann abgesetzt. Aber ich habe gedacht, okay, vielleicht muss ich die Creme länger benutzen, damit meine Haut sich abhärtet oder daran gewöhnt oder umstellt und das annimmt oder so. Oder vielleicht, damit meine Haut sich perfektioniert, muss die rot sein und brennen. Ich weiß es nicht. Ich habe es eisgeil durchgezogen, dann trotzdem eine Woche und sah halt eine Eczeme. Und ist halt nicht so geil. Also, das war für mich eher nicht so geeignet. Dann habe ich zwei Produkte, drei Produkte. Das waren jetzt alles Sachen, die ich selber gekauft habe. Da es jetzt kommen, drei Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe. Ähm, zum Ausprobieren, zum Testen. Und die möchte ich euch auch nicht vorhinterhalten, weil die sind auch höllisch. Kommen wir zum Ersten. Ähm, das kann ich euch empfehlen, wenn ihr unheimlich viel Geld habt. Und ihr wisst nicht, ach, was mache ich denn mal mit meinem ganzen Geld? Sparen. Ich würde gern was kaufen, irgendwas total Sinnloses. Dann empfehle ich euch Lash Alive. Lash Alive. Und zwar ist das eine, ähm, organische, so ein Wimpernserum, komplett auf Ölbasis. Also, da sind, glaube ich, 20.000 verschiedene organische Öle drin. Irgendwelche Pflanzenöle. Ähm, Jarrov. 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 Patchouli. Ähm, ich glaube auch noch Basilikum, Lavendel, Thymian, habe ich gelesen. Also, tausende von Ölen. Ähm, ja, es ist halt ein Wimpernserum, ne, zweimal am Tag hier schön drauf schmieren und so. Ich habe das, ich glaube, vier Wochen gemacht. Und meine Wimpern sahen genauso aus wie vorher. Es hat überhaupt gar nichts gebracht. Ja. Wenn ihr jetzt denkt, diese Wahnsinnswimpern, die kommen von dem Serum. Nein, die habe ich gekauft. Das, äh, das sind nicht meine eigenen. Es tut mir sehr leid. Kommen wir zu zwei Produkten. Ähm, da gehen die Meinungen wahnsinnig auseinander. Ich kenne diese Produkte von anderen Bloggern und YouTubern. Ja, und deswegen, ich sage subjektive Meinung, ne. Und, äh, bleiben wir auch schon direkt bei dem Produkt. Es ist das Bar Minerals Bärskin. Die Foundation davon. So sieht's aus. Und ganz viele YouTuber und ganz viele Blurrer und ganz viele Menschen da draußen lieben dieses Zeug. Ähm, Bar Minerals kenne ich jetzt, ähm, als Mineralpuder. Und da liebe ich das Zeug. Also Mineralpuder ist grandios. Das funktioniert bei mir auch richtig gut. Meine Mutter liebt das Zeug auch. Und als ich gesehen habe, die bringen da so eine Foundation draus, war ich mega begeistert. Und da hat mich mega gefreut, dass ich das ausprobieren darf. Und war so grenzenlos enttäuscht über das Ergebnis. Also man muss das Ganze schütteln. Und ihr hört es schon. Es ist wahnsinnig flüssig. Es ist ganz, 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 ganz flüssig. Und ich habe echt ein abgeschüttelt, ja. Richtig lange geschüttelt, geschüttelt. Und habe das auf diesen Bufferpinsel, der dabei war, der auch dazu gehört. Da hat er drauf getan. Und ganz flüssig nur diese zwei Tröpschen drauf, ne. Und dann... Also wirklich, Leute. Ich schwöre es euch. Meine Haut ist gut. Ich habe weder unfassbare Flecken im Gesicht noch, keine Ahnung, Pickel oder Unreinheiten. Oder irgendwas. Ich bräuchte jetzt nicht so die Wahnsinns-Deckkraft, ne. Aber das Zeug, das hat null Deckkraft, null. Da kann ich auch Puder nehmen einfach, wisst ihr. Was ich meine, das bringt mir null. Außer, dass es meine Haut einfach ungepflegt aussehen lässt. Weil da so ein, der hat dieser Mineralpuderstoff drin ist. Und der setzt sich überall ab bei mir. In jede Falte, in jede Pore um die Nase rum. Und ich habe meine Haut vorher wirklich super vorbereitet. Ich habe die ganz sanft mit, ähm... Ich habe die ganz sanft gepielt und vorbereitet. Ich habe drei verschiedene Primer vorher aufgetragen. Abwechselnd. Nicht alle gleichzeitig, ne. Sondern ich habe das in Verbindung mit verschiedensten Primern ausprobiert. Es sah immer gleich Kacke bei mir aus. Ich weiß nicht, warum. Mit meiner Haut ist es nicht kompatibel. Es wird unfassbar fleckig. Null Deckkraft. Und ich habe überall dieses, dieses echt total unschöne Puder abgesetzt. Überall. Und das sieht einfach ungepflegt und kacke aus. Also, tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin leider eine von denen wahrscheinlich ein Prozent, die dieses Zeug nicht abkönnen. Keine Ahnung. Das nächste ist auch so ein Produkt, das so viele Leute total geil finden. Und ich war auch so heiß drauf. Und war dann auch so unglaublich enttäuscht davon. Und zwar von dem Yves Saint Laurent Baby Joel Kiss & Blush. Und in dieser wunderschönen Farbe. Farbe Nummer 6. Das ist wie so eine Art Lippenmousse. Lippmousse. Und du kannst es gleichzeitig auch eben als Creme Rouge benutzen. Aber leider Gottes ist es so, dass es als Rouge für mich absolut ungeeignet ist. Irgendwie. Weil da doch die Deckkraft, die Pigmentierung viel zu stark ist, dass ich das nicht dosieren kann, ohne auszusehen wie ein Clown. Und auf den Lippen ist die Pigmentierung nicht gut genug und wird unheimlich fleckig auf den Lippen. Also so schmierig. Also es ist da, ist es dann so total gut, so am Rand. Dann, also es setzt sich total ab und es sieht einfach total ungefähigt aus. Also als Rouge kann ich es nicht verwenden. Ich wüsste nicht wie. Also es ist überhaupt nicht möglich für mich, das irgendwie halbwegs gleichmäßig auf meinen Wangen zu verteilen, ohne so auszusehen, wie, als hätte ich keine Ahnung, Mumps. Und ja, auf den Lippen kriege ich das auch nicht geschissen, dann irgendwie so aufzutragen, dass es schön und ebenmäßig aussieht. Und ja, blöd. Also wahnsinnige Enttäuschung. Muss ich leider, leider sagen. Blöd. Ja, dann kommen wir noch zu zwei Sachen. Ein Produkt ebenfalls super gehypt. Ey, da ging ein, als das rauskam, ne, die Mädels sind ausgerastet, haben tagelang vor dem DM kampiert, geschlafen, damit sie es bloß nicht verpassen haben. Und Summen an Dollars ausgegeben, um sich das aus den USA zu bestellen, weil sie es haben wollten, weil es so toll ist oder so. Und zwar die Babylips. What the? Kann ich dazu nur sagen. Weil, ey, das ist der schlechteste, schlechteste Lippenpflegestift, den ich jemals hatte. Ich habe wirklich schon viel. Ich bin schon echt ein altes Mädchen, ne. Also, kann ich ja mal sagen. Ich bin schon Ü30 und ihr könnt euch darauf verlassen. Ich habe schon bestimmt 200.000 Appellos oder Lippenpflegestift in meinem Leben verbraucht. Und das, also, das ist ja wirklich der letzte, ehrlich. Das ist so glitschig und schmierig und trocknet meine Lippen aus. Es ist so, ich schwöre es euch, wenn ich das auftrage, ne, eine Stunde später pelzt sich das. Was zum Kuckuck einfach nur. Was soll der Unsinn? Ich habe gedacht, na gut, vielleicht ist der hellblaue ja nicht so geil. Kopfst du mal den Orangenen und dann den Grünen. Die sind alle so murks. Es ist unangenehm auf den Lippen. Das ist so ganz so glitschig, super glitschig. Wie so, ich weiß nicht, als hätte man Spaghetti mit ganz viel Olivenöl gegessen. Und dann ist so, so wie so fettige oder Mayonnaise. Weißt du, so glitschige Lippen, so fettige, glitschige Lippen. Ne. Genauso wie P2. Da frage ich mich, P2 Team, wenn ihr das hier seht. Nicht, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Wer weiß. Wer hat sich denn das ausgedacht? Hm? Amals, ich glaube, so den allerersten Effektnagelack, den ich so auf dem Schirm hatte, den ich richtig cool fand, war dieser Crackling-Lack. Das konnte ich auch noch nachvollziehen, ja, den Effekt. Das fand ich auch gut. Aber was soll das? Der Leather Matte. Der aussehen soll wie Leder. Und jetzt gehen wir alle mal in uns. Vielleicht habt ihr ja gerade eine Lederhose an oder eine Lederweste oder eine Lederjacke und guckt euch das jetzt mal an. Oder ruft euch das vor eurem inneren Auge ab. Wie sieht Leder aus? Möchte ich, dass mein Nagellack so aussieht? Nein, das wollen wir alle nicht. Das wollen wir nicht. Ganz egal, wie top du gestylt bist. Und deine Nägel, wie schön die in Form gefeilt sind und gepflegt und lang. Und wie viele tausende Dollar du für eine Maniküre ausgegeben hast. Und bist so unheimlich stolz auf deine Nägel. Und dann machst du dir diesen Nagellack drauf. Und alle denken, entweder hatte sie es total eilig, dass sie so wahnsinnig schnell den Nagellack aufgetragen hat. Oder die hat sich das vor dem Schlafengehen drauf gemacht und ist so ins Bett gegangen. Weil das sieht einfach aus, wie eine Mischung aus, ich bin mir danach frisch lackiert durch die Haare gegangen. Und hab so rissige, ne, so diese Abdrücke von den Haaren im Nagellack. Oder so Bläschen. Das sieht aus, wie eine Mischung aus, ja, Bläschen. Und ich hab mich auf meine frisch lackierten Nägel gesetzt. Das halt, das ist einfach kein, das sieht einfach ungepflegt aus. Das ist auch vollkommen frisch egal, welche Farbe du davon nimmst. Wenn du da diesen Nagellack benutzt, sieht das aus, als wärst du dich drauf gesetzt. Und das kann natürlich sein, das ist doch scheiße. Muss ich leider einfach mal so sagen. Das sieht einfach nicht gut aus. Aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Und wer bin ich schon? Ne, pff, gibt nichts auf meine Meinung. So, im nächsten Video sag ich euch dann wieder, was ich geil finde. Aber heute muss da auch mal, es muss auch mal gesagt werden, was alles nicht so geil ist, ne? Aber, muss man ja auch mal sagen dürfen, ne? Und, äh, falls ihr nicht genug von mir, ähm, ja, haben könnt, ihr könnt jetzt hier weiter einfach bleiben. Klickt doch mal da oder klickt doch mal unten in die Infobox. Da werde ich euch heute noch das ein oder andere Video verlinken. Ich gehe jetzt meine Haare waschen. Und, ähm, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss. Tschö mit Ö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.